Herzlich Willkommen, ich bin der Sparplaner und in dem heutigen Video geht es mal wieder um Käufe, die ich getätigt habe und zwar jetzt im Monat Oktober erst. Neben meinen Sparplänen kaufe ich ja immer die ein oder andere Aktie noch dazu, wenn zumindest Geld zur Verfügung steht. Das ist hier wieder der Fall und ich habe zwei kleine Positionen auch wieder weiter aufgestockt. Und zwar handelt es sich einmal hierbei um AT&T, wo ich jetzt 42 Anteile im Depot habe mit knapp über 660 Euro und die andere Aktie, die ich endlich aufgestockt habe, ist Mainstreet Capital, die vorher ja mit 1,2 Anteilen im Depot lag, wo ich jetzt bei 21 Anteilen bin. Also auch hier ordentlich aufgestockt für knapp 680 Euro das Ganze und ja, das waren die beiden Käufe, die ich diesen Monat getätigt habe. Ja, warum ich mich diesen Monat für diese zwei Aktien entschieden habe, ist relativ einfach zu erklären. Wir starten einmal mit Mainstreet Capital und zwar gehört Mainstreet ja zu einer der Aktien, genauso wie AT&T, wo ich im Mai einen neuen Sparplan aufgesetzt hatte und man sieht es hier schon, hier war der Kurs mal ein bisschen niedriger. Bei den allermeisten Aktien hatte ich hier dann auch direkt einen Einmalkauf getätigt, bei Mainstreet Capital dann halt nicht, weil irgendwann ging das Geld aus für die neuen Sparpläne, um sie am Anfang alle einmal zu boostern und dann ging der Kurs erstmal bis August ordentlich nach oben auf knapp 43 Euro und da war mir das Unternehmen einfach zu teuer bewertet, um da jetzt einen Einmalkauf zu tätigen. Dafür sind halt die Sparpläne da, um dann einfach Step-by-Step Anteile zu kaufen, was natürlich sehr lange dauert und jetzt ist der Kurs wieder ordentlich zurückgekommen und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, hier am 3. Oktober war es schon, 20 Aktien hinzuzukaufen. Man sieht es, der Kurs ist noch ein bisschen weiter nach unten gelaufen. Das ist aber nicht weiter problematisch. Meiner Ansicht nach, ich will ja immer langfristig in den Unternehmen investiert bleiben und dementsprechend habe ich die Gelegenheit genutzt. Man sieht es ansonsten hier auch im Depot mit 21,87%. Der Zeitraum ist ab dem 1. August, hatte ich einfach mal Pi mal Daumen genommen, eines der Unternehmen, die da jetzt am stärksten abgestraft wurden. Vorher aber auch relativ lange, wie gesagt, ziemlich stabil war, hier sogar richtig hochgelaufen war und deswegen kam ich bisher nicht zu einem Investment in das Unternehmen und natürlich auch, weil die Position extrem klein in meinem Portfolio war, hatte ich jetzt die Gelegenheit, um das Unternehmen ein bisschen stärker zu gewichten. Und dann das andere Unternehmen ist AT&T. Auch hier eigentlich ein ähnliches Spiel. Die Position mit 20 Aktien war relativ klein, ist immer noch eine meiner kleineren Positionen und auch hier, wenn man guckt, ab 1. August ging es oder lief es Stück für Stück weiter runter. Ähnliches Spiel, hier am 4. Oktober einen Tag später gekauft. Auch hier ging der Kurs noch weiter nach unten. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist AT&T mittlerweile ordentlich und fair bewertet. Wir gucken nachher auch nochmal ganz kurz in den Aktienfinder rein. Die Dividendenrendite ist momentan sehr nett, das nehme ich gerne mit. Wir kriegen momentan für die Dollar-Dividende natürlich auch ein bisschen mehr. Was an Euro ist, die Frage, wie lange das natürlich anhält, aber man sieht es hier auch an den Performance-Daten. Minus 16% in den letzten Monaten, auch AT&T, wurde hier natürlich stark abgestraft. Andere Unternehmen, die sonst in Frage gekommen wären von den Kursrücksetzern, die ich schon im Depot habe, wären American Tower auf jeden Fall gewesen, die extrem stark zurückgekommen ist jetzt, die allerdings auch schon eine meiner größten Positionen ist. Ähnliches gilt für Realty Income. In der 3M hatte ich letztens erst erläutert, dass ich mich hier für einen Teilverkauf entschieden habe, aufgrund der juristischen Schwierigkeiten, daher ausgeschlossen. Ne, die Pharma habe ich gerade erst aufgestockt. Und ansonsten ist noch eine Dominus auf jeden Fall interessant, die auch gut zurückgekommen ist. Und wo es auch noch eine kleine Position ist, auch Microsoft, finde ich, wird so langsam wieder richtig spannend. Das sind halt die Unternehmen, die am stärksten zurückgekommen sind. Und ich habe mich jetzt halt für Mainstreet und AT&T entschieden, weil es mit Abstand die kleinsten Positionen waren. Und gerade bei Mainstreet hatte ich, wie gesagt, auf diesen Rückläufer gewartet. Ein weiterer Punkt ist, den man natürlich nochmal einbringen kann, einfach auch die Dividendenrendite, die diese Unternehmen bringen. Und zwar habe ich ja zuletzt, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Excel-Tabelle hier mit reinschieben von der Seite. Man sieht es hier einmal im September. Habe ich meinen Cashflow um fast 90 Euro aufs Jahr gesehen reduziert, dadurch, dass ich das Store Capital verkauft habe, 3M-Teilverkauf. Und das Geld, was dort frei geworden ist, hauptsächlich in Dividendenwachstumsunternehmen investiert hatte. Und dementsprechend ergab sich auf Dividendenrenditen hier ein Minus von knapp 90 Euro, 91 Euro, was dann zu Buche trat. Und jetzt diesen Monat alleine durch AT&T und Mainstreet Capital werden davon schon wieder fast 60 Euro jetzt aufgefangen, was den Cashflow angeht. Also auch da stützen sie ein bisschen und berichtigen so ein bisschen den September, der da war. Ansonsten diesen Monat der MSCI World ETF-Sparplan schon ausgelöst, der hier mit ein paar Cents reinspielt. Und die anderen Sparpläne werden erst in der nächsten Woche mit hinterlegt. Also das sind tatsächlich die Eimerkäufe, was die mir an jährlichen Cashflow da bescheren. Ja, dann werfen wir nochmal einen Blick in den Aktienfinder, was der so zu diesen beiden Aktien zu sagen hat. Und natürlich erwarte ich hier Cashflows an allererster Stelle. Das zeigt auch schon die Dividendenrendite hier mit 8,19%, die ordentlich ist. Und ja, die kommt immer dann zustande, wenn halt andere Sachen nicht ganz so ordentlich sind. Und das sind beim Mainstreet Capital zum Beispiel hier die Steigerungen. Ja, die sind vorhanden. Aber in Krisenzeiten, Corona zum Beispiel, wurde die Sonderdividende ausgesetzt. Das soll jetzt in den nächsten Jahren wieder leicht ansteigen. Aber man schüttet auch genau das aus, was man ausschütten kann von den Gewinnen her. Ja, dementsprechend ist da auch nicht so super viel Spielraum. Das muss einem natürlich bewusst sein. Und ja, ansonsten ist Mainstreet eine BDC, also eine Business Development Company, die profitiert von gesetzlichen Regularien, was die Besteuerung auf Unternehmensebene angeht. Dafür müssen sie halt auch einen gewissen Grad ausschütten, was auch hier die hohen Dividendenzahlungen im Verhältnis zum Gewinn erläutert. Zeitgleich wird das Unternehmen oder die Aktionäre werden ordentlich verwässert. Man sieht es angefangen hier mit 8,6 Millionen Aktien, steht man mittlerweile bei 73,3 Millionen. Und wer das eine oder andere Video von mir schon gesehen hat, der kennt das Ganze von REITs, die ja da ganz ähnlich auf Unternehmensebene von Besteuerung profitieren, weil das geringer ist, dafür halt auch verpflichtet sind, Geld auszuschütten. Und wenn das passiert, dann muss man sich halt irgendwie anders refinanzieren. Das geht auf der Eigenkapitalseite natürlich dadurch, dass man Aktien ausgebt und auf der Fremdkapitalseite, indem man Kredite aufnimmt, was auch Mainstreet Capital macht und was man auch nicht zu wenig macht. Dementsprechend muss einem das natürlich immer bewusst sein, dass hier mit einem gewissen Hebel, Fremdkapitalhebel gearbeitet wird und die Verbesserung der Aktionäre stattfindet. Allerdings, solange man die Dividenden und den Gewinn pro Aktie weiter steigen kann, ja, ist das erstmal alles soweit in Ordnung. Ja, dann nochmal einen kurzen Blick auf die Kursentwicklung von dem Unternehmen und wenn man hier ganz am Anfang mal ansetzt bei 13,75 und bis zum Ende geht, dann hat man nicht mal die optimalen Zeitpunkte gewählt. Man sieht, hier ging es auch zwischenzeitlich runter und ziemlich lange hätte man dieses Preisniveau hier irgendwie nochmal anditschen können. und jetzt nach dem Kurseinbruch das Ganze misst, dann hat man aufs Jahr gesehen immer noch eine Rendite von 11,2% und eine persönliche Dividendenrendite von mittlerweile 19,8%, was natürlich daran liegt, dass die Einstandsrendite so hoch ist, weil, wie gesagt, so gigantische Dividendensteigerungen gibt es da nicht. Ja, und das ist halt genau auch das, was ich von Mainstreet Capital erwarte. Ein Cashflow, das ein oder andere Prozentpünktchen vielleicht nochmal durch ein bisschen was am Kursgewinn, aber da erwarte ich jetzt nicht sehr viel auf dieser Seite. Trotzdem hätte es dem Markt in den letzten Jahren auch performt. Wenn man dann nochmal auf den Dividenden-Turbo geht und das war halt auch einer der Gründe, warum ich mich da von dem Investment oder einem größeren Eimerkauf bisher gescheut hatte, man sieht es, hier war die Dividendenrendite auf den absoluten Tief mit um die 5% nur und wenn das halt das Hauptargument für den Kauf ist, dass man direkt einen hohen Cashflow kriegen will durch die Dividende, dann macht es halt keinen Sinn, hier auf diesen Niveaus zu kaufen. Jetzt gab es halt diesen Sprung wieder nach oben auf über 8% und wenn man hier mal schaut, die 8% hatten wir hier häufig, dann waren es auch mal 9, fast 10% im absoluten Hoch, aber in der Regel zingelt das immer so um die 8% rum. Von daher ist es jetzt nicht der schlechteste Zeitpunkt einzusteigen, was ich dementsprechend auch gemacht habe. Ja, mein anderes Investment ist AT&T, da habe ich das Unternehmen hier jetzt auch schon mal aufgerufen. Hier oben seht ihr es nochmal angepriesen mit aktuellen 9% Dividendenrendite, aber Obacht, da wird die Dividende natürlich zusammengestrichen und in die 9% fließen noch welche von den höheren Zahlungen rein. Nichtsdestotrotz, warum habe ich AT&T gekauft? Ja, AT&T ist so eine kleine Wette auch auf eine Turnaround-Story. Das Unternehmen dümpelt ja seit Jahren vor sich irgendwie ein bisschen hin. Mit WarnerMedia kam man irgendwie nicht so richtig vorwärts, wollte ein riesen Medienkonzern werden. Das hat alles irgendwie nicht so ganz geklappt. Jetzt wurde WarnerMedia wieder abgespalten, was ich sehr gut finde und man konzentriert sich wirklich wieder auf das Telekommunikationsgeschäft und dementsprechend hat man nur noch eine Baustelle, in die man auch alle Ressourcen stecken kann. Vorher war man halt in diesem durchaus teuren Streaming-Anbieter-Wettkampf mit dabei, musste da viel Geld in Serien etc. investieren, in die Plattform an sich und zeitgleich wurden natürlich für die Telekommunikation relativ teure Lizenzen versteigert, da musste man Geld investieren. Das Netz muss aufgebaut werden für 5G, das ist extrem teuer und dementsprechend brauchte man mehr Geld, als man gefühlt zur Verfügung hatte. Das äußert sich gleich in zwei Sachen. In der einen Situation natürlich bei den Schulden, die immer noch enorm sind, obwohl man einen Teil ja auch mit abgespalten hat, mit WarnerMedia, sitzt man noch auf 160 Milliarden an Verzinsenschulden und das sind die, die interessant sind, was ein ordentlicher Betrag ist. Und jetzt durch den Wandel in der Zinspolitik könnte hier die Belastung natürlich auch teurer werden. 6,5 Milliarden ist das aktuelle Kapital, was man aufwenden muss pro Jahr, um diese Zinsen zu bedienen und das ist natürlich eine Last für AT&T. Auf der anderen Seite, was ich sehr gut finde, ist halt die Kürzung der Dividende, die natürlich daherkommt, dass man WarnerMedia abgespalten hat, dort viel Cashflow verloren geht, die natürlich auch ein bisschen was zum Gewinn beigetragen hat. Das sieht man hier oben auch alles. Es ist überall rückläufig, sowohl der operative Cashflow als auch die Umsätze, weil halt diese Sparte, die auch relativ groß war, jetzt aus dem Konzern rausgegangen ist. Die Dividende hat man aber trotzdem verhältnismäßig stark gekürzt, also nicht nur um den Anteil, den WarnerMedia sozusagen beigetragen hat, sondern deutlich stärker, was ich auch sehr gut finde, weil so endlich mal wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen ist Man sieht es hier in den letzten Jahren 15 Milliarden an Dividenden rausgehauen. Jetzt im laufenden Jahr anhand der Zahlen, wie gesagt, da sind noch größere Dividendenzahlungen drin, 13,3 Milliarden und das wird doch noch ein deutliches Stückchen zusammenschrumpfen, was dann wieder mehr Kapital für Investitionen übrig lässt. Ja und das alles finde ich insgesamt spannend, an dem Unternehmen aktuell halt, die doch nette Dividendenrendite, die man einfach kriegt, die einen auf jeden Fall verschmerzt, wenn das Ganze nicht so richtig aufgeht, aber wenn hier tatsächlich ein Turnaround nochmal hinkommt, man wieder mehr ins Telekommunikation, ins Netz investiert und dadurch auch noch zusätzliche neue Kunden gewinnt, T-Mobile US läuft hier ja momentan ein bisschen weg, sowohl was die Netzqualität angeht, als auch Kunden gewinnen, als auch der Verlauf der Aktie, habe ich aber hier die Hoffnung, mit AT&T einen guten Turnaround-Kandidaten gefunden zu haben. Ja, dann schauen wir uns natürlich auch nochmal den Verlauf des Kurswertes bei AT&T an und das ist natürlich ein Trauerspiel, wenn man hier mal schaut und ein bisschen gemein ist, den höheren Punkt hier am Anfang nimmt, dann bleibt da nicht mehr viel übrig, 0,5% Rendite aufs Jahr, da bringt einem auch die Dividendenrendite, die hohe dann nichts und die hier sogar mit 3,5% abartig schlecht ist, was dadurch liegt, dass der Kurs ja ursprünglich mal hoch war und dementsprechend die Dividendenrendite niedrig war, also wer da gekauft hat, ja, nicht so sonderlich schön AT&T. Nichtsdestotrotz, ich habe Hoffnung, dass jetzt so langsam der Boden gefunden ist, das eine ergibt sich natürlich daraus, dass die Dividendenrendite jetzt extrem hoch ist, dass die Kürzung schon durch ist und wenn man hier in den Dividenden-Tourbo mal reinschaut, dort sieht man AT&T, es gab immer eine nette Dividende von AT&T, meistens so um die 4, 5% rum und in den letzten Jahren, wo die Bilanz dann immer aufgeblähter wurde, immer mehr Schulden dort standen, Warner Media gekauft wurde und das Probleme machte und alles nicht so aufging, wie es eigentlich sollte, da schoss die Dividendenrendite dann immer weiter nach oben, bis zwischenzeitlich auf knapp 10%, allerdings war hier dann ja auch schon bekannt, dass es eine Kürzung geben wird und zukünftig kann man dann hier mit den 1,12 Dollar rechnen, was einer Dividendenrendite von 7,47 entspricht, tendenziell soll es sogar leichte Steigerungen geben in den nächsten Jahren, die will ich gar nicht einbepreisen, darauf hoffe ich gar nicht so, weil wie gesagt, ich bin froh, wenn AT&T das Geld ein bisschen im Unternehmen belässt und investiert, nichtdestotrotz kann man hier eine Dividendenrendite abgreifen, wie es bei diesem Unternehmen noch nie die Möglichkeit gab, weil hier im Zeitraum davor, wie gesagt, die Problematik mit Warner Media, die Abspaltung, das war alles schon bekannt, dass eine Dividendenkürzung kommt, war auch schon in Aussicht gestellt worden, bis es dann tatsächlich klar war, also das waren keine sicheren 9 oder 8%, die man hier abgreifen konnte, da musste man, wenn man sich ein bisschen informiert hat, schon vorher wissen, dass es spätestens in 1,5 Jahren dann eine niedrigere Dividendenrendite gibt. Ja, also der Kurs, wie gesagt, hier für mich nicht der Grund, einzusteigen bei AT&T, sondern eine kleine Turnaround-Wette, in der Hoffnung, dass das Unternehmen dann in den nächsten Jahren deutlich besser wieder dasteht. Und das war es soweit, heute auch von meiner Seite, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann lasst gerne ein Like da, oder auch ein Abo für den Kanal, und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Zum Abschluss, einmal der Hinweis, meine Videos stellen keine Kaufempfehlungen dar, und sind auch keine Anlageberatung, und natürlich können meine Videos auch Fehler enthalten. Macht euch daher unbedingt weiter selber schlau, ihr seid für eure Entscheidungen selber verantwortlich.